Und hiermit herzlich kommt zurück zu Let's Play Flans vs. Zombies 2, it's about time. Und heute versuchen wir mal Tag 12 zu schaffen, wo ich letztes mal so verdammt gescheitert bin. So ein bisschen leichter stellen. Ja, ich wird heute nur 3 Levels machen und morgen nur 2 Levels, damit ich dann am dritten Tag wieder 4 Levels am Stück machen kann, denn ich möchte eine gerade Zahl haben, weil 32 gehen ja gut durch 4 durch, aber weil ich Tag 12 ja Freitag nicht geschafft habe, oder war das Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Freitag, ich glaube das war Freitag kurz vor Mitternacht, muss ich das halt jetzt eben kurz umblauen. Und ich hoffe, dass ich dieses Level heute schaffe. So, Kirschbomben. Dann nehme ich aber mal diese Pflanze mit, wenn wir schon mit Sonnenblumen arbeiten. Dann die als Verteidigung. Ja, das war's dann eigentlich. Los geht's. Dann gucken wir mal, ob diese Taktik aufgeht oder nicht. Aber ich bin gut des Wissens, dass es heute funktioniert. Und es fängt auch super gut an, indem ich die Sonnenblumen einfach auf den falschen Platz setze. Aber egal. Egal, 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 egal. Immer positiv denken. Jetzt haben wir halt eh genug Zeit, um vorzutreten. So. Dann schauen wir mal. So. Läuft doch gut. Schön, schön, schön. So. Schön, schön, schön. So. Schön, schön, schön. Wird wieder geprezelt. Da kommt der Zombie drauf. So. Kommt hier Dünger hin. So. Tu mal auf die Sonnenblume. Du gehst weg. So. Mach ich fertig. Genauso wie dich. So. Dann komm hier wieder Dünger auf der Sonnenblume. Schön, schön, schön. So. Okay. Wow, jetzt wird das knapp. Na komm. So. Schön, schön, schön. So. Dann schauen wir mal. So. Jetzt tun wir mal so eine Prozedur. Schön, schön, schön. Hat doch wunderbar geklappt. So. Da kommen schon mal wieder Dünger. Du mal wieder auf die Doppelsonnenblume. Oh, das mach ich so fertig. Dann komm schon wieder Dünger. Du mal wieder auf die Doppelsonnenblume. Schön, schön, schön. Dann mach ich den hier. Oh, das funktioniert doch nicht. Fuh. Mist. Nicht meine Doppelsonnenblume. Nicht meine Doppelsonnenblume. Ahahaha. Okay, die Taktik wird auch nicht allzu gut. Okay. Schön, schön, schön. So. Aber jetzt müssen wir ja wohl den Löffel Auftrag geschafft haben. Dann kann ich jetzt ohne Wissen einfach drauf losballern. gut, gut, gut. So. Schön, schön, schön. Gut. Läuft doch wunderbar. So. Schön, schön, schön. Gut. Läuft doch wunderbar. Und schauen wir mal. So. So. Läuft doch wunderbar. So. Schön, schön, schön. So. Läuft doch wunderbar. So. Weg mit euch. So. 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 Gut. Funktioniert doch diesmal tadellos. So. Warum nicht letztes Mal so? Warum nicht letztes Mal so? So. 151 Zombies übrig. Ja, gut. Und nehmt langsam immer mehr ab. Level 13. Und das ist ein Scrolling Level. Okay. Okay. Gut, dann baue ich das hier mal so langsam hier auf. Gut. So. Okay. Schauen wir mal an, schauen wir mal. Na ja, los, nochmal so eine Pflanze, dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh, Melonas. Oh, das wird ich jetzt knapp hier. So. Oh, die Pflanze ist jetzt weg. Egal, egal, egal. So. Wunderbar, wunderbar. Weh meine Melone, weh meine Melonas. Noch meine Melonas. So. Nicht meine Melonas. Capiche? Nicht meine Melonen. Nicht meine Melonen. Verstanden? Nicht meine Melonen. Duера, du. Du guide. Du Equation. Andone, du prendre. Du aufge dilemma在哪uffy. Troiding, dude. Hoooo wahrscheinlich. Whose medicine is right now, Tom. Und Sample STRAEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROEROHEN instructor, Melonas, ich brauche noch mehr Melonas, danke, mehr Melonas, mehr Melonas, so, nach YOLO, so, Na, kommt her, wenn ihr euch traut, kommt ruhig her, gut, 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 der eine Zombie nimmt überhaupt keinen Schaden dort, jetzt schon, oh, der blöde Schirmblockloch, alles ab, so, Vorspulen, mehr passiert hier sowieso nicht, 138 Zombies bleiben übrig, wow, geht hier immer weiter voran, nicht, Level 14, überlebe den Zäumeangriff mit dem vorgegebenen Pflanzen, Okay, so, einfach mal so hier auf die Lane tun, damit wir auch die Sonne wieder zurückbekommen, so, gut, 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 So, wollen wir hier schon mal den nächsten auf, schön, 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 Uh, es regnet Sonnen, wunderbar, wunderbar, hier kommt auch schon der erste Dünger, du kannst gerne hier in diese Pflanze laufen, wenn du mal stößt, wenn du mal stößt, hier kommt die Schaufel, Hier kommt der Schaufeltyp, das ist nicht fair, dass hier der Schaufeltyp kommt, So, brenn nieder, Schaufeltyp, da brenn nieder, brenn nieder, auf das du niederbrennst, so, Du brennst auch nieder, verstanden, Oh, das wird knapp, oh, das wird knapp, oh, die habe ich nicht gesehen, die habe ich nicht gesehen, meine Sunflower, So, brenn nieder, brenn nieder, brenn nieder, Oh, jetzt tue ich hier einfach mal den Dünger drauf, hat ja so viel gebracht, ja so viel hat es gebracht, so, wunderbar, wunderbar, letzte Welle, so, nur einfach weil ich es kann, gut, 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 so, Dann könnt ihr ruhig da reinlaufen, und den Rest Dünger, wunderbar, wunderbar, dann haben wir dieses Löffel auch abgeschlossen, Dann sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Blends vs. Zombies 2, Alright, it's about time. Auf Wiedersehen.